Da habe ich eine super Ansage gemacht für den falschen Song. Aber es ist egal, es geht auch wieder nur um Weiber. Und zwar meine Lieblingsbeschäftigung ist, hinter Weiberröcken herzugucken. Und darüber hat Elvis ein tolles Stück geschrieben. Rubberneckin. Das war ein tolles Hauptsache. Das wird irgendwie 125. Das war ein tolles Hauptsache. Das war ein tolles Thema. 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 that's alright with me that's alright with me that's alright with me that's alright with me Thank you so much! Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin der Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018